Willkommen zurück auf Mario's Planet zu dieser Weihnachtsausgabe. Bei Angry Birds kann man sich jetzt den lang erwarteten Mighty Eagle dazukaufen. Um einen Dollar kann man so Labels überspringen und das nächste freischalten, allerdings nur einmal pro Stunde. Das heutige Xbox-Tagesangebot ist Alan Wake Deal C und Avatar-Items um 63% billiger. So gibt es The Signal und The Writer, zwei DLC-Packs um je 200 Microsoft Points und den Regelmantel inklusive Hose um 120 Microsoft Points. Ein neuer Kinect-Hack ist auch wieder aufgetaucht. Es handelt sich diesmal nicht um irgendeine innovative Art der Bewegungssteuerung, um irgendwas zu bedienen, sondern diesmal ist es ein Musikvideo im Stile der 80er Jahre vom YouTube-User Olli69. Und zum Abschluss dieser heutigen spiellastigen Ausgabe ein paar Grußkarten von der Spieleindustrie. Ansonsten schöne Weihnachten, macht es gut und auf Wiederschauen! Ansonsten schöne Weihnachten! Ave片 und We节ens! 1 1 2 0 1 1 Vielen Dank.